Willkommen zu einem anderen, zu etwas anderem Spiel, äh zu einem etwas anderem Spiel namens, keine Ahnung, ich weiß wie dieses Spiel heißt, ich wollte es einfach mal nur spielen, das ist auf meinem neuem Handy dieses Spiel, nee auf meinem alten Handy will ich dieses Spiel nicht, ich bin echt schlecht in diesem Spiel, ich bin erst in Level 5. Es ist kritisch, ich bin nicht schlecht, nein, 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 ich will es nicht, ich habe nicht auf Werbung gedrückt, ich habe nicht auf Werbung gedrückt, jetzt geh weg, so keiner braucht dich, du hast eh keine, warum ist jetzt hier Facebook Werbung, verpiss dich. Ich muss mich konzentrieren. Nein! Okay, ich gucke wieder hin. Schön, dass du Robben gesehen hast. Okay, Hunde, da gibt es die Kammerln. Okay. Facebook, das ist scheiße, nein, scheiße, ich mache auch Facebook nicht so sehr. Nein, das ist mir zu riskant. Nein, das ist mir zu riskant. Ich bin zu riskant. Genau. Next. No, ich mache mal eins. Scheiße. Nein! Nein! Hier. Nein! Ah. Bin ich nicht gut? Bin ich nicht gut? Ach, seid ihr wie, Jordan? Ah! 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 Shit! Na, klasse. Ich bin jetzt abgestürzt. Geil! Oh, dieses Platschen fülle ich jetzt nicht. Nein! Nein! Schnauze. Es sind endlich da... Immer noch 13 Sekunden, ey! Verdammte Scheiße! Unendlich! Unendlich! Natürlich wird das Video nur in die Länge gezogen. Fuck you! Warum nicht? Das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Nein! Scheiße! Wie scheiße schlecht bin ich in diesem Spiel? Das ist unfair. Wie soll ich das machen, wenn ich dann sofort wieder auf die Scheiße teleportiert werde? Erklär es mir! Ich brauche eine Erklärung. Boah, hatte ich Glück? Nein! Nein! Ich bin so scheiße geschützt! Leute, ich kann mich wieder deskalieren und das aus meinem Leben wegschmeißen. Mann, bin ich scheiße... ... ... ... ... ... ... ... 11 Minuten... Nee, 11 Sekunden... Nein, ich warte dann mal hier. Endlich! Warum kriege ich denn eigentlich die ganze gleiche Werbung? Ich kann das da unten noch nicht mal sehen. Ganz ehrlich. Ach, jetzt sehe ich das da unten. Das ist jetzt doch scheiße, Alter. 95! 95! Das hat niemand gesehen. Niemand gesehen. Niemand gesehen. Nein! Nee, nee. Scheiße. Äh... Äh... Danke... 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 Ich bin so... Ich hatte gerade von 19. Ich schaffe es bei Level 5 nicht weiter. Ist ja schon traurig. So kann meine Mutter weg, glaube ich, besser in diesem Spiel. Hey, guys! Guess what? Halt's mal. Ich habe das ja schon 80. Ich habe mal gesehen. Und dieses Video wird bei 50 Minuten dauern, bis ich dann lange, lange, bis ich da war. Das ist halt so, dass bin ich denn in diesem Spiel. Schöne, aber du. Ich will dieses Level wenigstens in diesem Video schaffen. Ja, Kinga, aber nur sehr ruhig. Danke. Die macht nur ihre Finger so nach Reihe runter. Ich habe bestimmt schon 1000 Sekunden wegen dieser Scheiß-Werbung mein Leben verschwendet. Ich schalte wieder los. Dann werde ich... Tja. Ich beginne. In dieser Werbung. ich bin echt zu schlecht in diesem spiel ich will dieses wie in die kommentare schreiben du schweiß nicht mehr berührt ich hab die scheiße eigentlich berührt aber danke spiel darf ich sterbe frage ich mich auch warum ich kann ich mal alter man kann nicht mal so schnell reagieren ich bin so scheiße schlecht ich will wenigstens level 6 kommen ich will nicht wissen wie es in level 6 aussieht da wird es doch noch 100.000 mal schwerer ich hab freunde die sind schon in level 100 irgendwas und ich bin in level 6 ich weiß nicht okay 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 ich bin so grottenschlicht ich brauche elf minuten für ein level spiel und ich bin noch nicht mal fertig damit okay jetzt merke ich mir gerade wie scheiße ich in diesem spiel bin das habe ich nicht berührt das habe ich nicht berührt spiel ich verschwinde gerade mein leben fällt euch nicht offen ich bin zu scheiße über dieses spiel ich bin zu scheiße über dieses spiel ich habe alles geschafft aber neu zwei versuche der erste versuch zählt jetzt nicht ich bin wieder zu einem level zu schaffen ich bin jetzt die süße level irgendwie zu schaffen Der Ton nervt überhaupt nicht. Das ist perfekt. Ich mach gleich wieder meinen scheiß Ton aus. Endlich. Ich hab 14 Minuten gebraucht. Okay, komm, jetzt versuch ich dieses Level. Ich hab 14 Minuten gebraucht. Alter! Kann ich nicht eine Anfängerhilfe kriegen? Ich bin zu blöd, nur Level 6 zu schaffen. Ganz ehrlich, wer ist nicht zu blöd dafür? Tja, nur ich. Wer ist zu blöd dafür, meinte ich. Natürlich ich. Ich müsste eigentlich tot sein. Das war zu Recht. Maul. Aber ich nicht berührt. Das war zu Recht. Das war zu Recht. Deine 6 war leichter als Deine 5. Traurig. Das war zu Recht. Das war zu Recht. Spielen will mich echt verarschen. Diese zwei Level waren gerade leicht als Level 5. Mal diese drei. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, aber nicht bei diesem Spiel. Das werde ich, glaube ich, nie wieder spielen. Ich bin zu scheiße, das spiel. Ich muss das mal üben. Ich werde jetzt echt gewöhnen. Ah, mein Gott. Ah, mein Bild, ich werde richtig. Oh, ich brauche schon etwas, was über 500 Tonnen liegt. Das ist echt krass. Das war richtig. Ich glaube, das hätte ich ja gerade so viel. Egal, ähm. Ich mache schon ein bisschen mehr Wettereinrichtung. Ich bin zu scheiße. Hörst du mich besser? Ja. Ich hoffe, ich habe euch das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Oh, was ist das für eine Klicks? Ich hoffe, ich... Ich hoffe, ich hätte das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Das nervt. Ich fühle mich.